Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde PlayerUnknowns Battleground mit den lieben Chris Cooki Jo moin Leute! Hallihallo und ja, die letzte Runde war ja sehr erfolgreich, ich hätte gerne gewonnen, aber manchmal verliert man, manchmal gewinnen die anderen nicht so tragisch Ja, so ist es nochmal, ne? Wir sind voller Motivation, ich bin heißer wie Bügeleisen, breiter als die Wiese, er ist kein Schlaf Aber eins sage ich dir, bevor wir die hundertste Folge haben, werden wir schon einmal gewonnen haben Ja, also bestimmt Ich glaube, das ist jetzt Folge 17 oder 18 bei mir, also Nein, nein, bei mir noch nicht, ich glaube, ja gut, nein, ich kann nicht sagen, 8, 9 Ja, die ersten Folgen waren nicht so der Hit, also da war ich auch nicht so der Beste Allein hast du eh immer so ein bisschen, weißt du? Ja, das ist ziemlich schwer Ja, das ist besser So, wo wollen wir denn hin? Ja, das musst du sagen Ja, das musst du sagen Versuchen wir es an der Lagerhalle Ja, ok Und ab Ab Und ab, ok, schmink schon Wo, achso, da Ach, du hast ja voller Motivation, glaubst du, voller Freude Du könnt ja meinen Stuhl an den Deckel schmeißen Und den nackig tanzen dürfen Ich fliege aber richtig, ja, fliege richtig, wo ist die Lagerhalle? Ist die unter mir? Unter dir müsste sie sein, ja Ja, da ist sie schon Oder blindest du die Lagerhalle, dann gehe ich links gleich zu den Häusern Achso, ja, mach das, mach das Schauen wir halt, ob jetzt irgendeinen Typ gibt, der bei uns landet oder so Aber ich glaube hier ist keiner bei mir, bei mir ist keiner bei der Lagerhalle Ähm Oder? Ich sehe es jetzt noch keinen, ich bin safe, glaub ich Ne, wir beide sind safe, ja Geil Es landen aber nur drei Leute bei deinem Gefängnis, alles gleiche So, jetzt gleich ne schöne AKM, 8-fach Scope, ich wär glücklich Boah, ja, und die M16 noch dazu, oder? Genau, zwei Rucksäcke, zwei Rucksäcke, Rucksäcke, Level 2, oh schnell Na gut, Helden und Pistole haben wir schon mal, das ist schon mal Draufgranate Was ist hier denn noch? Drauf? Hallo, 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 hallo Ah Stiefel, ich hab Schuhe Das ist das Wichtigste gerade Hast du wieder vergessen nehmen, gell? Ja, natürlich hat er vergessen, das ist ja nichts neues Bin der nackige, Verbandszeug Ah, geil Jawohl, die UMP gleich am Anfang, das geht nicht, denke ich Ich hab ein Rucksack, Level 1, Splittergranate, 9mm Munition, lass ich mal noch liegen, bis ich ne Waffe finde, ich geh mal hoch Ne Schrubbhütte Noch ne Schrubbhütte Ne UMP Sehr schön, hier sind zwei Schrubbhütte, falls du eine brauchst, bitte, bedient dich Boah, ich hoffe, ich find die eine Patronengot, 9mm Munition, 9mm Munition, ich bin grad der happiest man alive Boah, ja, neun Millimeter hab ich jetzt auch mehr als genug 556er Munition ist auch nicht schlecht Oh, nochmal, 9mm, Helm Stufe 2 Hast du da geschossen? Oder hab ich das gehört? Ne, 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 das war ein bisschen, glaube ich, südlich von uns Da ist die Zone? Da ist er Oh, mittendrin, ich hatte nur dabei, sehr gut Bei mir ist einer Ist da Patent drauf auf diesen Spruch? Ich weiß es nicht Wie hat mich loot hat einer? 150 Ich komm mal zu dir rüber, oder? Ich hab Angst Traum mich jetzt nicht rüber zu laufen Ok, ausgenockt Da raus Alter, geil Sehr gut Ich komm mal rüber Boah, ja, irgendwo muss nämlich der zweite hier sein Kommt von hinten Hallo, hallo Danke, na danke, na danke Du Schokoprinz, du, so Recht vor mir, Heckschüsse Ich hab keine Ahnung, wo der herkam Da war kein Fallschirm bei mir in der Nähe So, geh jetzt auf, was du uns reinkommst Ich weiß noch nicht, ob er in 1. Stockholm ist Also ich bin, ich bin da draußen, ne, nicht wundern Oh, erste Hilfekoffer Was hatten die eigentlich? Oh, die hat auch erste Hilfekoffer dabei Boah Gott, gut, dass ich die umgelegt hab Die wollte nämlich grad die Uzi lagen Die hat ziemlich weg geholt Sehr gut Oh UMP-Munition UMP-Munition Ah, ja, geht natürlich besser Gut, einschließen, wollen wir Die Türen sind noch geschlossen rum Das ist geil Ja Wer weiß was Mann, Mann, Mann Weg, oder? Ja, weg mit den 9mm, nehmen wir die 1911, so Was denn Angst, wenn einer hier ist? Achso, dein Ratschlag mit dem, äh, hier unten, äh, Waffen, Waffen hat und, und, und Ausrüstungs, äh, Anzeige hat, da, ne, ist super Mhm Finde ich gar nicht so schlecht zum Anzeigen Weil, zwischendurch vergesse ich, ob ich jetzt den Base-Tab oder nicht, oder? Muss gar nicht, oder, äh, überhaupt gibt's hier Ja, es ist mit letzten Update kommen Achso Okay, hier ist nichts mehr, haben wir alles geblindert Ich muss das Spiel mal mehr verfolgen So Oh, es wär noch ein Auto schön und dann wär ich richtig glücklich Wow, das wär geil, können wir hier rauf gehen wieder Hast du die Tür zugemacht oder aufgemacht? Ich hab's zugemacht Achso, okay Da zieht oben, weiß Achso, ja Guter Mann Wollen wir nicht krank werden Boah, hier gibt's so viele Autos und keinem geht's Siehste, scheiße Ich hab' jetzt offene Feld fahren, oh, oh Ach, da drin ist ein Motorrad, holen wir's Geh'n wir das Stück rüber Wo ist der Motorrad? Ach, da hinten Jetzt darf halt nur kein Auto kommen, das war's dann für uns Da kann man gleich auch die... Als ich, als ich mit dem Spiel mal kauft, der Player unten und, ne Ich bin direkt ins Geschehen reingeworfen worden, ohne mich vorher zu belesen und zu, äh, informieren, wie das Spiel funktioniert Ich glaub, vor fünf Minuten am Leben war an so'n Häuschen hier, was grad vor uns ist und dann war da einer drinnen und... Das war's dann Äh, ja, tot Nee! Ich hab' auch schon Hellen Level 2, ich bin bescheuert So, gut So, ne Weste hab' ich jetzt auch Jetzt hab' ich eines Hellen Weste, Geruchstag, alles da passt Du hast aber noch keine Weste, ne? Ne Egal Ich hab' ne UMP, bin glücklich Das Beste, wo es gibt, ne? Ja, ich hab' ne UMP, danke fürs Zuschauen Müsst du auf dem nächsten Paar Ach, so Das sieht so witzig aus, ne? Na, 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 na So, ich seh' irgendwo ein Auto, weil das können wir dann gleich wechseln Wo, wo, wo ist ein Auto, hä? Na, na, ich mein' nur, wenn wir ein Auto sehen, dann würd' ich gleich wechseln Achso, 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 ich hab' statt das ein Auto, wir müssen wechseln Fährst du grad im Stehen, ja? Was? Warum fährst du im Stehen? Im Stehen? Ja, du stehst bei mir auf dem Motorrad Echt? Und machst du Wheelie Das Vorderrad bewegt dich gar nicht bei mir Du machst Wheelie grad, kein Wheelie Wichtig mein Reifen, werd mal die andere Ansicht nehmen Ja, du stehst neben mir und der Vorderrad bewegt dich nicht Alles klar Oh, oh, ich schieße nach uns Ich schieße nach uns Okay, die sind weiter weg von uns Er motiviert, über den Feld zu fahren Ja, jetzt ist wieder alles Oh, scheiße! Was nu? Achso, oh Er sitzt, hallo, auch steigen Er sitzt du wieder Ich bin hier SCK hier So Hallo Mal passen, dass hier niemand ist Hast du grad die Tür aufwärts zugemacht? Ja, ne? Ja, ja, ich mach die alle gleich wieder zu, nämlich Ja, ist gut Oh, es leben noch 73 Menschen? 72 Oh, so, es geht so weiter Es geht dahin, es geht dahin Oh, 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 Sanitästasche Geil Kann die eigentlich Was kannst du nicht? Haltet die einem voll und ganz? Ja, 100% Ach, das ist ja super Bei mir unten wär noch ne Weste Wenn du unten gerne findest Hier ist noch Rucksack Level 2, nehm ich gerne mit Ja, das kann was sein Schnellmagazin So, dass ich mal ne Zweitwaffe hab, werd ich gleich Schnellmagazin Habe ich eigentlich ne Zweitwaffe? Nö, ich hab nur meine OMP Hier war ich schon Ey, was ist denn jetzt los? Achso, jetzt hab ich selber eingesperrt Hey, hast du die Tür aufgemacht? Ja, jetzt war ich Alles gut Okay Geh mal einen hoch Hier oben ist ne Tür Oh, hier weiß ich keine drinnen Ne, aber eine Tür ist ausgehängt Achso, ja gut Hab ich jetzt nicht wirklich wahrgenommen Äh, ja Okay Okay Rotrat Helm, hab ich schon Ne, ich hab nen Army Helm Machete und Sichel ist hier noch Aber das bringt ja wirklich nicht viel hier Ne, das haben wir dich nie ein Muss man so ne Challenge machen Nur mit Machete Weißt du was, ne? Ist das so ein Custom Match? Wenn wir da bar finden, wär schon geil Hier ist noch ne Armbreast Armbrust Ach, hier ist noch ne Weste Ob ihr gehst da draußen, ne? Jo, ich mach wieder Tür zu Danke So Weißt du, warte, ey Ich nehm mal die Armbrust einfach mit Ja, deswegen ist das Ich muss das zweite auf, ne? Nachladung dauert aber so lange, eh Hä, wo hast du die Stufe 2 in den Rucksack gesehen Oder hast du den genommen? Ich hab den genommen, ja Achso, deshalb So Die Armbrust, kann die viel? Ein Headshot ist gar nicht zu übel Also der macht jede Menge Schaden Oh, Level 2, wer ist der? Geil, nehm ich gleich Geh mal rüber ins andere Haus Warte kurz, ich komm gleich mit Oder nee, nee, nee Ich komm gleich mit Ja, ich wollte gerade sagen Warte, bis du fertig bist, weil Ich hab doch ein bisschen Angst So, vielleicht hast du noch was übersehen Ja Ehh, 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 ehh Aber es ist ein Visier oder irgendetwas? So, gut, geh mal Wir Molzen hab' ich Ach, gehen wir hinten raus oder bis vorne hinten, das wird besser, oder? Ich würde sagen, hier direkt, guck mal. Willst du hier rausgehen? Warte mal, oder? Können wir hier rausgehen? Ja, gehen wir hier raus. Sicher. Da, hier. Hier, her. Geht ihr schnell auf hier? Ne, sehr gut. Das ist noch zu. Aber wir müssen dort nur vorsichtig sein. So, hier ist nichts für mich. Entweder hier kommen gleich mal hier hin, oder waren schon welche? Eins und beiden. Warte, machen wir die Tür wieder zu. Hier ist noch ein Rucksack, Level 2. Sehr gerne. Rotpunkt Visier und noch Munition 7,62. Nämlich gerne mit. Rotpunkt Visier am Ring. Schallflinte, gut. Ich glaube, hier waren auch keine. Oh, geil, die AKM. Hast du die AKM gefunden? Ja, endlich. Very nice. Very nice. So. Ähm, bei mir ist es nur Tinnif. So mehr ist so Müll. Oh, ein vertikaler Handgriff. Energiedrink. Aber nichts wirklich motivierendes dabei. Toilette. Hier ist noch ein Rucksack verbannt. Verbannt, verbannt, verbannt. Hier noch. Hier sind so viele Rucksäcke, Level 2, ne? Boah, jetzt ja. Man muss es schon haben. Hier ist noch. Polizeiwässler Stufe 1. Habe ich ja selbst an. Brauche ich nicht, Leute. Das ist... Geh mal ein, höher. Alles klar, gern. Monathelm. Boah, ich habe das ganze Zeit vergessen, schauen, wegen der Barriere. Aber sind wir sicher? Ja, aber wir sind voll in der Mitte. Und ich glaube, guck mal, wo die Bombenzone ist. Boah, da unten. Das ist bestimmt noch wer hier. So, schauen, wo die Barriere jetzt als nächstes hingeht. Oh, 9mm Munition. Habe ich Schuhe an? Ich habe schon Schuhe an? Ja. Boah, immer noch safe. Alles klar, gern. Polz, derte Jacke. Boah, ich hätte einen 2, Gott sei Dank, endlich. Pro Flinte und 9mm Munition. Das ist nämlich dankbar. Jetzt habe ich so viel Mun... Was? Jetzt habe ich so viel Munition von der AKM und von der M16. Aber... Ich bin die Waffen dazu. Da wäre eine Karabiner. Warte, ich habe nicht genügend Platz. Warum nicht? Hey, haben wir also ein paar Visiere übrig? Visiere? Warte, warte. Ne, leider nicht. Scheiße. Der Scheiß. Kannst du mit der Karabiner umgehen? Warum nicht genügend Platz? Ich habe doch so für zwei Rucksack. Verstehe ich nicht. Na, egal. Ja, musst du schauen, ob die Leiste schon voll ist bei dir. Die Leiste? Links vom Rucksack hast du eine weiße Leiste. Wenn die voll ist, dann ist es wirklich so voll, ne? Ja, ich habe doch gar nicht so viel. Ja, Verbände muss aufpassen. Die Verbände brauchen viel Platz. Achso, achso, achso. Mensch, so erlebe ich mal was Neues dazu. QL. Ja, ich habe oft über 30, was eh nicht brauchst. Und die verstopfen das Ganze immer da. Verstopfung, ja. Verstopfung, nix gut. Ich überlege mir gerade, ob ich für den Fernkampf nicht die Karabiner. Was? Ich nehme die Karabiner. Komm, gönn wir uns. Du meinst wild, kannst du die AKM nehmen. Die lege ich hin mit dem Magazin. Äh. Erweiter Magazin. Ich hole dir das Abendbrot raus. Abendbrot, ich hole dir das Abendbrot raus. Das Abendbrot, ja. Aber es wäre halt zumindest ein holographisches Visier nicht schlecht für die Karabiner. Hast du sicher keine zwei? Ne, ne, ganz sicher. Ich bin sehr sicher. Ah, scheiße. Sollen wir noch ein Haus stürmen? Ja, bitte. Komm, geh mal. Wir müssen runtergehen. Brauch noch. Ich brauche noch. Aufpassen, dass da keiner hochkommt. 46 Spieler am Leben. Jetzt geht's da hin. Oh. Oh, wir sind jetzt in der Bombenzone. Komm, gehen wir gleich links ein hier. Ne. Hast du die Tür zugemacht? Angst, werde ich so sein. Warte, mach die Tür zu. Weil sonst wissen die gleich, dass wir hier sind. Ja, aber die hören ist ja auch schlecht. Ja, na gut. Wenn du die Tür aufmachst, dann hörst du das. Deswegen ist gut, immer zugekommen. Oh. Was ist das? Was ist das? Halt auf die AKM. Nicht schrub, bitte. Ne. Oh, Sanitätslasche. Oh, oh. Ich habe eine V aus S. Kannst du dir ein paar Verbände abgeben? Ja, Storingsdust und rausziehen. Da kannst du ein Stück dran geben. Jo. Wie viele glaube ich denn? 20, ne? Ja, geh. Äh. Maximal 20. Ne, ich gebe dir... Was mir brauchst du keine geben, ne? Ich habe 25. Achso. Kannst du am Boden hinlegen. Lass es liegen. Oh, gut, Marc. Ich glaube, ich habe eine UMP mit und, und, ja, ist gut. Boah, ich bin nicht heiß mit der Sniper, Alter. Das ist alles. Kennst du Combat Arms? Das sagt mir jetzt was, aber... Ja, das ist so ein Online-Spiel halt, ne? Auch Ego-Shooter und da kannst du Ränge aufsteigen und Piapo und da wurde ich früher immer gebannt und rausgeschmissen. Wieso? Weil ich dachte, ich hack... War es gut, was du oder was? Was? War es so gut oder was? Ja, war es gut. Ich habe das stundenlang gesagt am Tag. Ich hatte kein Leben mehr. Also, das ist bei den Online-Spielen doch üblich. Eine Stunde. Da kann man sie gönnen. Ja, also, war gut. Ich hatte so einen Account, der war übelst hoch, ne? Das war... Ich hatte die beste Stufe. Die ist Pommes. Pommes? Also, der war so ein goldener Balken. Man nannte sie Pommes, so weiß. Und den wurde man hergebannt, komplett. Der ist bis 2036 gebannt, ja. Ist klar. 3036. Naja. Bist du jetzt am Tag rum? Bin auf dem Tag, ja. Alles klar. Ob er sich keinen runterschießt. Ja, ich suche gerade ein Ding abschließen kann. Aber ich sehe noch kein... Ich mache mich gerade ein bisschen zu schaffen, um ehrlich zu sein. Ach, jod. Aber ich denke, hier war schon so wenig Loot. Nein, sind nur alle Türen verschlossen? Auch unten, du. Hier war noch keiner, glaube ich. Hast du die Tür aufgemacht gerade? Ja, ja, was will ich? Ach, gut. Ich mache gleich noch eine auf jetzt. Oh, abgehört. Okay, was war's? Schon wieder kein Visier, das gibt's nicht. Hier oben ist auch kein auf dem Dach, du. Oh, wieder runter. Warte mal, kann man den Wegpunkt schon mal weggeben? Der nervt, ne? Das ist eigentlich die Zone. Ah, wird gar kleiner. 39 am Leben. Alles klar. Gibt's hier niemanden, der man abknecht hat? Wo bist du jetzt? Bist du unten jetzt, oder? Wie bitte? Wo bist du? Ich sehe dich nicht mehr. Ich bin unten. Du auch, ja? Nein, nein, ich bin noch am Dach. Ich gucke mal ein bisschen runter, ob ich jemanden sehe. Weil der Fall mir anzeigt, dass du unten bist. Ich bin draußen gerade. Ich sehe... Die Bombenzonen habe ich gerade erschrocken. Du bist mutig. Ich bin echt mutig, ich weiß. Leben am Limit. Always no fun, du. So ist er. Okay. Ich hab nicht mehr... Die scheiß Verbände hoch alle weg zum Arschlecken hier. Ich komme wieder runter. Gehen wir gleich zum nächsten Gebäude. Äh, ja, gerne. Jetzt ist mein Ding, glaube ich, gleich voll. Ja. Sonst brauchst du das Level 3, wäre egal. Oder wer ist denn? Oder wer ist denn? Ich hätte ja mal einen Helm gehabt Level 3. Das weiß ich noch. Du hast auch schon eins her, du. Du, ich hab erst, wie ich lang gespielt hab, wieder West-D3 gefunden. Und zwischendurch. Okay. Das hab ich recht häufig schon gefunden. Kennst du das bei Steam? Leute da, die haben ihren Namen umbenannt und du weißt nicht, wer das ist? Ne. Ne? Ne. Ich hab da gerade einen gehabt. Keine Ahnung, wer das ist. Ey, wir sind genau an der Grenze, ne? Ja. Es kommen bestimmt alle von hinten. Wären wir jetzt eigentlich safe dran gucken? Ähm, ich glaube, warte mal, wenn wir hier hinlaufen. Ja, hier sind wir safe. Auf der Seite. Müssen wir mal schauen, dass wir im Erdgeschoss sind. Du bist, du bist. Ja. Hier sind wir safe, ja? Ja. Ja. Kennt, wie sind wir bei? Ne. Alter, ich hab 589 Schuss, so rum. 429 Schuss. What? Warst du nie im Leben? Doch. 429. 489. Mensch, was ist los? 429 am Leben, werd gleich nervös, du. Alter, hier wurde sicher schon geblieben. Das kann unmöglich sein, dass es so ein Drecksloot nur gibt. Ne, glaub ich nicht. Du, da waren die Sniper. Wir lassen die Sniper liegen. Ja, gut, das ist jetzt eigentlich die schlechteste Sniper, die es gibt. Ja, aber trotzdem macht sie ihren Job, ne? Hoff ich mal. Naja, das kann mir mal von Anwender drauf an. Wo war? Bemühe dich, bemühe dich. Oh, hier wäre eine SKS. Naja, die will ich nicht. Das wird die Karabiner lieber. Ich hab die Tür auf und zu gemacht. Ja, du hast ja. Ja, das will ich. Aber ich hab grad Schüsse gehört. Ich komme auf den Dach. Komm, wir gehen, hör. Ich glaube, auf dem Dach lag auch noch eine gute Waffe. Im 16. Hier ist noch ein Erste-Hilfe-Koffer. Ich hab dafür keinen Platz mehr, du. Den kannst du gerne nehmen. Oh, ja gut. Du musst ein paar Verbände wegschmeißen, weil ich hab auch fast keinen Platz mehr. Hier ist noch ein Motorradhelm. War auch keiner, aber ist kein Visier, du. Das gibt's nicht. Wie soll? Achso, hier war ich ja grad. Hoppala. Wie sieht das aus? Ja, kennt sich aus. Polizeiweiststufe 1, Motorradhelmstufe 1. Noch einen höher. Dabei sehen wir jetzt einen. Ja, geil. Ein 8-fach Visier. Ehrlich? Ja, hab schon mal von meiner Karabiner. Danke. Bitte. So, gehen wir runter, dass die Barriere kommt. Kommt die schon, ja? Ja. Oh Gott, ja. Komm mal. Bist du denn jetzt? Ganz unten, ne? Ganz unten jetzt, ne? Ja. Okay, wir müssten... Komm, laufen zum nächsten Gebäude. Yo. Run, Forrest, run! Die Türen sind offen. War das? Die Tür ist offen. Hier war jemand. Hier hab ich zugemacht. Wenn ich mich nicht rasch. Gut, ich bin jetzt im Nebensraum. Boah, was für... Das war eine Taktik, grad, ne? Rein, Tür kontrollieren, kreuzen, rüber. Aha. Ich... Oder? Aber... Ich weiß nicht. Oder... Nein, du warst hinter mir. Du hast es, glaube ich, nicht zugemacht, oder? Du bist ja hinter mir, glaube ich. Also, auf jeden Fall bin ich jetzt oben. Und hier ist, äh... Noch eine Schraubfindung. Hier war auch noch keiner drin. Oder? Hier ist noch eine Tür auf. Weißt du denn, ob hier eine drin war, oder nicht? Was scheiße zu sagen. Hast du aufgemacht? Hier war ich grad, ja. Das war ich grad, ja. Das war ich grad. Wo ist die Zone jetzt? Oh. Genau, neben uns. Oh, ein Stückchen weiter. Ähm, bam, 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 bam. Okay, auf den Motor, drauf und weiter. Äh, ach ja, ich... Das war da auch nicht mehr drin, glaube ich. Komm mal, runter zu dir. Da hinten läuft jemand. Wo, da, wo, da? Du bist schon draußen, bist schon draußen? Ja. Ich glaub, er hat sich geduckt. Ja, drümpel, wo, wo der... große Dingens ist. Hä? Die, die... 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 15, 15, 15, sieh da keinen. Ja, ich glaub, der hat sich hingelegt. 15, da ist die 15. Hätte er diesen Turm, oder was? Ah, davor. Scheiße. Bist du. So. Wir können uns hier nicht ewig aufhalten, das ist das Problem. Müssen gleich weiterfahren. Der Typ wird uns jetzt beschießen. Ja, dann musst du mir diesen Schulwärmen verkacken. So, rauf. Gut, gut. Boom. Ich weiß, ich kann doch nie sagen, was sicher ist. Entweder auf Feld lang oder durch die Stadt. So ein Vier und Wider für beides. Ja, genau. Fahr mal das in den Gebäude hin. Jetzt kann man hoffen, dass keiner rausschießt. Töten das zu, ne? Ja, weißt du, das hat... Nicht zu heißen. Scheiße, ich komme nicht drüber. Ja, schock mich. Ne, hier ist ein Rohpunktvisier. Das gibt's ja nicht. Ich kann's aber nicht nehmen, ich bin voll, du. Ja, setz gleich auf auf eine Waffe von dir. Ich hab ja schon, ich hab ja schon alles. Achso. Alles von der Visiere. Pistole auch? Keine Pistole, brauche ich nicht. Ja, dann gibt's drauf, nur zur Sicherheit, ne? Dann hast du das Visier. Besser du, ist wer anders. Warte, 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 warte. Blankkaner hatte kein Objekt, oder willst du die haben? Äh, Olzen kann auch weg. Und in Millimeter-Munition hab ich so viele Energydrinks, aber er kann auch weg. Warst du das? Ja. Ich hab nur Sicherheit, ich hab ein erster Stock, ne Blankgranate raufgeworfen, weil ich nicht wusste, ob da wäre. So, ja, das richtig. So, Eingang da. Da bin der Harald. Ich gucke auf das Feld und ich sehe niemanden. Okay, wir müssen runtergehen. Das sehe ich überhaupt nichts. Ja, runter, runter. Und weiterfahren, oder? Ne, ne, ich will rausschauen, nur. Er rennt gleich raus. Ähm, gut, 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 gut. Warte mal, ich ziehe zu. Da schießt einer mit Schalldämpfer. Komm rein. Okay, wir müssen noch weiter. Südlich, oh Gott, Alter. Jetzt ist ein paar Gebäude und sonst ist alles nur ein offenes Wind. Ich würde zu dem Gebäude fahren. Ich würde zu dem Gebäude fahren. Alles klar. Oh. Wir müssen eh über die komplette Wiese. Ich würde auch mal losfahren langsam. Ich habe ein bisschen Angst. Gibt es denn Leute am Leben? Bist du schon raus? Ja, ja, bin raus. Oh, warum hast du nichts? Wirst du sagen, wir sollen gleich? Ja, das war klar, das war klar. Nein, 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 nein. Da oben ist er beim Stein. Scheiße, wo war... Oh, nein. Das war so klar, dass das jetzt passiert. Ja, ja, scheiße, Mann. Fuck. Ja, gut, wenigstens einen Kill haben wir, ne? Ja, kaputt. Das dauert noch mit den Kills, ich glaube, das sind die Affen. Wir hätten ja nicht meine VSS, pass auf. Oh, er ist doch da, glaube ich. Ja. Na gut, Leute, das war's mit der Folge. Falls ihr euch gefallen habt, dann lasst wieder beim Kona oder bei mir ein Like oder Kommentar da. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. Genau, so, tschüss. Tschüss.